Hi, mein Name ist Marc. Und ich bin Niklas. Herzlich Willkommen zu Finanzen im Blick. Ja, das Thema Rechtsschutzversicherung, das ist eins von unseren letzten Themen aus dem Sachbereich. Wir halten es aber auch nicht unbedingt lange, aber es ist vielleicht eins noch der Themen, was auch wichtig sein kann. Wie sie funktioniert, was vielleicht zu beachten ist, das soll heute einmal ganz kurz unser Abriss sein. Grundsätzlich gibt es in der Rechtsschutzversicherung verschiedene Bausteine, wie zum Beispiel Privatberuf, Verkehr, Wohnen und Gewertliches. Aber wofür ist jetzt was sinnvoll und wozu brauchen wir diese Bausteine überhaupt? Genau, also fangen wir an mit dem privaten Bereich. Ja, alles was ich in meinem Privatleben an Eventualitäten, an Vorwürfen, an Gerichtsklagen oder was auch immer letztendlich passiert. Das fließt dort ein. Da ist vielleicht ganz wichtig, dass ich sowas wie ein Vertragsrecht da auch mit drin habe. Oder ich sollte auf alle Fälle darauf achten, dass es mit drin ist. Weil sämtliche Verträge, die ich schließe, ich kaufe ein Auto, ich kaufe ein Haus, ich schließe einen Handyvertrag ab oder sonstiges. Und im Nachhinein stellt sich da irgendwie raus, äh, naja, es ist irgendwie doch nicht so, wie es beschrieben war. Muss ich gerichtlich von Ihnen vorgehen? Kann ich mit diesem Baustein machen? Der zweite Baustein wäre Beruf. Das heißt also, ich komme mit meinem Chef nicht ganz so klar, mein Chef behandelt mich ungerecht oder derartige Dinge. Dann könnte ich eben auch davor oder dagegen vorgehen, wenn man in eine Streitigkeit kommen sollte, dass es vielleicht sogar gerichtlich verhandelt wird. Genau. Bereich Verkehr, da ist ein bisschen zu unterscheiden. Verkehr ist meistens ein Pkw, ein selbstgenutzter. Ich kann auch, wenn ich jetzt mehrere Autos habe, da mehrere Autos mit reinnehmen. Es geht alles um den Bereich Kfz. Sei es ein Blitzerfoto, sei es, ähm, irgendwer hat mich irgendwo gerammt oder was auch immer. Alles, was da irgendwie so vor Gericht wird, geht, wird damit behandelt. Beim Wohnbereich ist es eigentlich fast ausschließlich darauf bezogen, dass man selber als Mieter oder in selbstgenutzten Wohnräumen, ähm, Probleme oder wenn man da Probleme bekommen sollte, dass dieser Baustein dafür ist. Wenn man jetzt Wohnungen vermietet oder Häuser vermietet, dann braucht man dafür eine extra Vermieterrechtsschutz. Das ist also nochmal ein eigener Baustein, den man zusätzlich bräuchte. Generell gilt aber für den Wohnbereich, wenn man es selber nutzt, dann wäre man darüber auch abgesichert, wenn man Probleme mit dem Vermieter zum Beispiel bekommt. Genau. Da noch, wenn ich jetzt aber zum Beispiel meine Anliegerwohnung oder am Haus oder sowas mit Familie, dann kann das durchaus mit drin sein. Wichtig dabei nur, ich habe im Bereich Wohnen in der Rechtsschutz eine Wartezeit von drei Monaten. Also, ich kann schlecht sagen, oh, ich glaube, da bahnt sich jetzt bald mal was an. Auf geht's, ich brauche einen Rechtsschutz. Ja, drei Monate Wartezeit, bevor da auch nur irgendwas passieren kann. Wichtig zu wissen. Generell merken wir aber auch häufig, dass die Leute zu uns kommen und sagen, ich brauche eine Rechtsschutzversicherung. Da fragt man sich ja natürlich erstmal, warum brauchst du jetzt eine Rechtsschutzversicherung? Ja, da ist jetzt gerade was am Laufen, da könnte was passieren. Also, der eigentliche Punkt, dass etwas passiert ist, ist schon eingetreten. Das heißt, eine Rechtsschutzversicherung macht überhaupt keinen Sinn mehr, weil die Gesellschaft sagt, nein, der Punkt dessen, warum man schon in der Streitigkeit ist, ist schon eingetreten. Das heißt, es würde auch gar nicht mehr geleistet werden. Ja, das ist so die Sache mit rückwirkend. Ja, das geht nicht. Und der letzte Bauschein gewerblich. Ja, wenn ich Unternehmer bin, wenn ich selbstständiger bin und dann auch irgendwie dann, ja, Rechtsstreitigkeiten mit vertraglichen Sachen, mit meinen Kunden oder wie auch immer habe, da kann das auf alle Fälle mal Sinn machen, eine Rechtsschutzversicherung für den gewerblichen Zweck zu haben. So, alles in allem, okay, das sind die Bausteine. Wenn wir jetzt aber mal schauen, Privatbereich. Ja, Vertragsrecht, Schwierigkeiten. Ich habe bei Verträgen 14 Tage Widerrufsrecht, manchmal sogar 30 Tage Widerrufsrecht. Wenn ich irgendwo nicht jemand anklagt und mir eine Schuld zuweisen will, dass ich irgendwas kaputt gemacht habe oder wie auch immer, meine Haftpflicht, die wirklich wichtig, jetzt ja nicht jeder von uns haben sollte, die zieht dann ja auch für mich vor Gericht und Wert ungerechtfertigte Anschuldigungen ab. Also da brauche ich nicht mal immer zwingend eine Rechtsschutzversicherung. Richtig. Das ist auch in ganz vielen anderen Bereichen so. Wenn jetzt, ja, zum Beispiel im Beruf genau das Gleiche, wenn man vorher sich schon mal den Arbeitsvertrag vernünftig durchgelesen hat wirklich und weiß um seine Rechte oder das, was der Chef von einem verlangt, man das dann so auszuführen hat, entweder unterschreibt man oder man unterschreibt nicht, man hat es aber unterschrieben in dem Fall. Meistens ist tatsächlich der Chef ein Recht, weil er sich das Ding ja nicht aus dem Ritten geschnitten hat als Beispiel, sondern halt wirklich wieder oder darlegen kann, dass es rechtens ist. So im Allgemeinen würde ich mal sagen, es gibt in fast allen Bereichen solche Punkte, dass ungerechtige Klagen eben von der Haftpflichtversicherung da abgewehrt werden können. Das heißt, sie übernehmen das mit. Nur wenn man jetzt selber zum Beispiel als Kläger auftreten sollte, wie zum Beispiel im Straßenverkehr, dass jemand einen geschädigt hat und ist nicht bereitwillig, sage ich mal, dann könnte man da eine Klage anstreben. Aber selbst da, selbst da habt ihr eine Kfz-Versicherung. Eine Kfz-Haftpflicht hat jeder. Die regeln da auch das alles für euch. Richtig. Also es sind wirklich viele kleine Bereiche, wenn man jetzt, sage ich mal, sehr auf Krieg aus ist. Ich möchte gegen das Blitzerfoto vorgehen. Ich möchte, ja, ich habe einen Fehlkauf gemacht und muss mich da irgendwie wieder rausfinden oder sowas. Kann das alles Sinn machen. Aber wir haben schon in anderen Bereichen halt sehr, sehr gute Tools, die einem da, wenn es hart auf hart kommt, auch auf alle Fälle zur Seite stehen und weiterhelfen. Also es bleibt immer so ein bisschen abzuwägen, wann ist der Rechtsschutz wirklich sinnvoll oder nicht. Noch dazu habe ich vielleicht so viele kleinere weitere Bausteine, die, wenn ich mich denn dafür entscheide, aber dann doch vielleicht auch wichtig sind, worauf ich mal gucken sollte. Ist zum Beispiel weltweite Schutz. Also nicht jede Rechtsschutzversicherung leistet wirklich weltweit, sondern nur innerhalb von Europa zum Beispiel, wenn wir es hier in Deutschland machen. Ja, da sollte man natürlich gucken, wenn man jetzt speziell in Amerika ist oder derartig ist, dass man weltweiten Versicherungsschutz hat, auch im Bezug auf zum Beispiel Strafkautionsstellungen. Die meisten Gesellschaften sagen halt, wenn du ins Gefängnis kommen solltest, durch irgendwelche Gründe, geben sie eine 250.000 Euro Kaution für Strafschutz oder derartiges. Das sind so Punkte, die sollten dann schon wirklich mit drin sein. Kann ich meinen Anwalt, den ich dann brauche, frei wählen oder wird mir irgendeine gegeben? Ist mir das wichtig oder nicht? Weil ich kann ja auch zum Beispiel den Anwalt meines Vertrauens haben, wo ich möchte, dass der sich darum kümmert. Sollte man vielleicht haben. Ja. Zusätzlich die sogenannte Mediation oder auch telefonische Beratung. Also Mediation würde eben bedeuten, eine außergerichtliche Verhandlung, dass man über den Anwalt eben auch nicht unbedingt vor Gericht stehen muss, sondern es rein über den Anwalt schon verhandelt werden könnte. Nennt sich Mediation oder eine kostenlose erste telefonische Beratung mit einem Anwalt, dass die so gesehen auch schon von der Rechtsschutzversicherung übernommen wird. Genau. Ein Stellschraubchen habe ich bei der Rechtsschutzversicherung auf alle Fälle. Und zwar ist es das Thema Selbstbeteiligung. Ja. Ich kann sagen, Mensch, pro Rechtsfall, der eintritt, möchte ich 150, 500, 1000 Euro Selbstbeteiligung übernehmen. Drückt natürlich enorm den Preis, den ich für diese Versicherung zahle. Aber wenn dann mal ein Rechtsschutzfall kommt, dann sind diese ersten 500.000, 150 Euro erstmal meine Kosten. Richtig. Wobei man eben sagen muss, bei der kleinen Summe von 150 Euro, das macht schon einen Unterschied. Wirklich. Also da kann es sich durchaus lohnen, die Selbstbeteiligung zu nehmen. Ja. So, Fazit von uns. Im Normalfall. Werd die private Haftpflicht, die Kfz-Haftpflicht, der Mieterbund, wenn ihr in einer Gewerkschaft mit seid, was auch immer. Solche Ansprüche oder solche Schwierigkeiten, die man da auch absichern kann, erstmal tendenziell ab und regelt das für euch mit euch. Also bin ich wirklich auf selber ein bisschen Rabatz aus und so weiter, ja, dann hole ich mir sowas. Ansonsten habe ich viele andere Möglichkeiten, wie das doch deutlich einfacher geht. Ich hoffe, wir konnten euch damit schon mal helfen, euch einen kleinen Überblick und eine Meinung zu verschaffen. Ansonsten sind wir vorerst mit den großen Themen der Rechtsschutz durch. Es kommen noch so ganz, ganz viele Kleinigkeiten im nächsten Video. Also freut euch. Bis dann.